Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier wird ein ganz großes umgeschnittenes Video, weil ich möchte euch nur mitteilen, dass ich jetzt gerade Montag mein Praktikum begonnen habe und ich bin da halt Vollzeit am Arbeiten und das ist jetzt gerade ein bisschen schwer und ein bisschen sehr viel für mich. Deswegen kommt diesen Mittwoch kein richtiges Video, sondern das hier gerade. Aber ich versuche mein Bestmögliches, dass es ab Samstag, dass da die Baby-Challenge kommt und dass danach wieder ganz normal Videos kommen. Ja, weil eigentlich hatte ich euch ja versprochen, dass heute ein lustiges Video kommt, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und ja, mir ist das hier sehr wichtig. Ich möchte nicht aufhören, nur weil ich jetzt auch nebenbei noch irgendwie Stress habe oder so oder halt viel zu tun habe. Ich möchte das hier weitermachen und deswegen, ja, versuche ich das, dass es dann halt alles weitergeht. Nur diesen Mittwoch setzen wir einmal aus. Ich wollte euch nur einmal auf den aktuellen Stand bringen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächstes Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!